Oha, Freunde! Heute wird es wieder richtig cool und super spannend! Denn heute spiele ich mit meinem besten Freund Odi, Prexy sagt! Wenn du das Spiel kennst, lass ein Like da und abonnier den Kanal. Und schau das Video unbedingt bis zum Schluss, denn ich verrate euch heute noch ein richtig cooles Geheimnis. Wir müssen hier rein ins Spiel. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Lass uns reingehen. Na los, Prexy! So, wir müssen jetzt hier die Zeit abwarten und dann siehst du den Doofkopf hier? Haha! Guck mal, der ist so gelb wie du und der gibt uns gleich Aufgaben und wir müssen alles machen, was er sagt! Oh, das kriegen wir hin, Odi, okay? Ist so, aber zuerst mache ich hier den Odi. Guck mal, wer den Nobel zuerst schafft, ist besser! Ja, das ist so ein Werdurs vor mir angefangen. Na und? Ich bin besser! Bist du runtergefallen? Nö, ich bin direkt hinter dir. Ich habe dich eingeholt! Nein! Ich habe mich untergefallen! Ich habe gewonnen! Egal! Ich habe gewonnen! Und die Runde beginnt, Prexy! Okay, was ist jetzt? Äh... Oh, nein! Plus zwei! Ha! Oh Mann, wir haben nicht gewonnen! Du bist dritter geworden, Prexy! Aber gut gemacht, gut gemacht, Odi! Applaus, Applaus! Okay! Geh ins Rampenlicht! Geh ins Rampenlicht! Hä? Wo ist denn das Rampenlicht? Oh! Aua! Geh ins Rampenlicht! Wir müssen da drin bleiben! Dance! Down! Und da kriegen wir Punkte, umso länger wir drin bleiben! Sicher? Ja, aber wir dürfen die Noobs nicht berühren, weil die kicken uns weg, Prexy! Wie viele Punkte hast du? Aua! Er hat mich rausgekickt! Ha! Odi und Prexy haben gewonnen! Boah, wir haben beide elf Punkte bekommen, Prexy! Wir sind ja mega gut! Hm, wir sind die Besten! Hä? Was ist das denn? Packe Gegenstände und lege sie dorthin, wo sie hingehören! Okay! Okay! Ich nehme... Hier! Hier hin! Türkei! 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 Oh Mann! Der Pisa-Turm, der gehört nämlich hier hin! Italien! Mexiko! Nein, ich will Mexiko! Dann nehme ich den hier! Ich weiß nicht, was eins ist, Prexy! Das ist hier irgendwo, vielleicht... Hier... Was ist dein? Tschechie! Das ist Tschechie! Das muss... Ach so! Oh! Ich habe gewonnen! Ich war dritter! Och Mann, ey! Aua! Was ist das? Spring auf die traurigen Gesichter, Prexy! Wir müssen alle glücklich machen! Ich mache alle glücklich! Ich mache alle glücklich! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Mann, die klauen immer! Haha! Du musst schneller sein! Ich glaube, ich habe mega viele Punkte, Prexy! Ich habe nur einen! Komm schon, komm schon! Boom! Gewinne ist Odi! Yippie! Applaus! Danke, danke! Und ja, ich bin's, Odi! Guck mal, wir applaudieren alle für dich! Danke, 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 Leute! Danke, danke! Das ist voll nett von euch! Letzte Runde, Prexy! Fange meine Köpfe! Oh, Odi, komm von oben! Geh weg! Das ist meiner! Hab ihn! Eingefang! Die schreien voll! Hab ihn! Wir müssen... Hab ihn! Wir dürfen sie nicht fallen lassen, Prexy! Ruhig doch nicht! So! Und schon! Zack! Und hier nochmal! Boom! Odi hat gewonnen! Sehr gut, Odi! Du bist zweiter, Prexy! Applaus, Applaus für dich auch! Danke, Leute! Danke! Odi ist der Sieger! Wie cool! Danke, danke! Ich bin zweiter! Das ist super cool, Prexy! Bist du bereit für die nächste Runde? Ich bin bereit für die nächste Runde! Guck mal, wir können hier irgendwas holen! Ich hab's gekauft! Keine Ahnung! Was ist das? Keine Ahnung! Ich hab's auch gekauft! Ich hab jetzt die Kiste hier, Prexy! Und ich bekomm... Neue Emote! Boah, ich krieg den Naruto ohne auf! Guck mal, Ninja-Lauf! Wie cool ist das denn? Hä? Ich kann jetzt wie Naruto laufen die ganze Zeit! Wirklich? Warte, wo hab ich den denn jetzt? Emote hier! Gewinner! Okay, als Gewinner-Emote bekomm ich den immer! So, mehr Münzen! Ich kaufe mir nochmal was! Wir können Emotes einsammeln! Ja, das ist voll cool! Boah, noch ein Emote bekomm! Zahnseide! Wie cool! Ich geh schon mal runter, Prexy! Wir müssen runter, um zu spielen! Komm schon! Ich komm! Oh, ich bin da! Sehr gut! 2, 2, 1 und los geht's! Oh, wir sind nur zu dritt! Tschüss! Wir müssen den Obby machen, glaube ich, oder? Geh nach oben! Prexy, wir müssen nach oben! Das ist ganz wichtig! Ich bin Erster! Ich bin Zweiter! Ich bin doch ganz nach oben! Ich bin auch ganz oben! Oh, ich bin wieder runtergefallen! Ich bin ganz oben! Hä? Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh man, Prexy hat gewonnen! Ja, weil ich der Erste war! Applaus für dich! Ich war Zweiter, Prexy! Hä? Runde 2, kopier meine Bewegung! Geht das? Äh, 1, Prexy! Mhm! Bum! Das war ja voll einfach! Okay, nach unten und dann den hier! Den und dann den! Ich hab's, Prexy! Ich auch! Und, popp! Und, popp! Das war ja voll einfach! Okay, so, dann so und dann so! Das ist ja einfach! So, so und dann so! Ich glaub, so war das, Prexy! Oh! Boom, boom und boom! Ja! Ich glaub, wir sind im Gleichstand, Prexy! Ja, wir haben gleichstand! Danke, 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 danke! Ja! Ja! Das ist ja voll lustig! Spring nur, wenn ich... Ich spring nur, wenn ich... Darum bitte! Okay! Spring! Ich bin bereit! Und spring! Na, er hat Nein gesagt! Haha! Oh Mann! Es ist nicht nach! Es ist nicht nach, die Doofköpfe! Aber die haben trotzdem Punkt! Spring, wenn du dein Name... Oh! Oh, die ist... Ja! Das war mein Name! Gib mir das, Odi! Hä? Das ist voll unfair! Hä? Hä? Was ist das? Temeide die Würmer! Temeide die Würmer! Okay, das ist kein Problem, glaub ich! Was sind die Würmer denn? Oh oh! Da außen! Sie kommen immer weiter rein, Prexy! Wir müssen aufpassen! Aha! Wow! Blöden Würmer, ey! Es sind Punkte überall, pass auf! Die müssen wir einsammeln immer! Oh mein Gott! Ich hab's gegessen! Das war richtig knapp! Das war richtig knapp, Prexy! Gewinner sind Prexy! Ja! Danke, 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 danke! Bam, 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 bam! Wir haben 40, 14 Punkte! Das war ja richtig cool, Prexy! Wir haben beide die Kugeln! Wir sind... Was sind wir denn? Äh, ich glaub wir fliegen! Oh, Vorsicht! Wow! Da ist jemand explodiert gerade, Prexy! Wow, ich fast auch! Da gibt's Donuts und Bananen! Die müssen wir, glaub ich, alle auffahren! Ja, die geben uns Punkte, Prexy! Mein Donut! Ah, du Blödi! Mein Donut! Wow! Mein Donut! Komm schon! Ich liebe Donuts! Jippie! Odi hat gewonnen! 18 Punkte! Das ist ja mega gut, Odi! Das war richtig gut, guck mal! Und der Sieger ist wieder Odi! Natürlich, Prexy! Das ist ja mega cool! Sollen wir noch eine letzte Runde machen, ne? Äh, okay, komm! Na gut, Prexy! Der, wo jetzt gewinnt, hat gewonnen, okay? Mhm! Dann bekomme ich mir erstmal jetzt eine Emote nochmal oder so! Und? Noch eine Emote bekommen! Guck mal, hier kannst du dir noch mehr Punkte holen bei den anderen letzten Spielen! Ah, du hast recht, Prexy! Ich hab jetzt richtig viele Punkte, ey! So, nochmal eine Kiste! Und? Komm schon! Gib mir was Cooles! Ich hab so ein cooles Fragezeichen-Effekt! Guck mal, wie cool das aussieht! Wo denn? Wo denn? Siehst du das nicht bei mir? Oh, mega cool! Ich seh jetzt mega cool aus, Prexy! Lass runtergehen! Ich bin unten, Prexy! Okay! So, es geht los gleich! Ach so, äh, okay! Da kommen denn meine Fragezeichen, aber... Weiß ich nicht! Ich hab keine Fragezeichen! Drei, eins, und los geht's, Prexy! Wir sind wieder irgendein Vogel und ich muss euch... Ich muss doch Puppenkacker machen, glaube ich! Puppe auf Leute! Ach so! E-schießt man, glaube ich! Ich kann am besten kuchen! Ich bin ne Taube! Wie viele Punkte hast du? Weiß nicht! Hört mir! Hört mir! Zack! Und zack! Ich bin richtig gut unterwegs, Prexy! Gewonnen hat Uni! Boah, elf Punkte! Ich hab acht! Ich hab acht! Hä? Was müssen wir denn jetzt machen? Wie ist denn? Schießt du die unsichtbaren Leute ab! Das ist kein Problem! Hab einen abgeschossen! Ich hab noch kein einziges Mal getroffen worden! Ha! Ich hab dich wieder sichtbar gemacht, Prexy! Mir doch egal! Ich glaub, ich hab die meisten Punkte jetzt! Jetzt bist du auch sichtbar, Odi! Niemals! Niemals! Geh weg von mir, du doof Kopf! Willst du hin? Ich seh dich nicht mehr! Ach hier! Ich bin versteckt! Ha! Gewonnen hat Odi! Mann, Prexy, du bist echt... Hä? Du hattest gerade Sit-Ups gemacht! Hä? Was ist das denn, Prexy? Das richtige Ende erreichen! Ach so! Ich bin ne Puppe! Oh, verschwinde! Verschwinde du! Okay, ein Bär! Oh, wir sind immer das gleiche Gefühl, Prexy! Bist du auch ne Ente? Ich bin's ne Rakete! Ich bin ne Puppe! Ich bin Teddy, ich bin Teddy! Ich muss ganz nach oben! Oh, du hast mich geblockt! Haha! Mann, du Blödi hast mich geblockt! Ich hab schon wieder auch gewonnen, Prexy! Ich und Rachei! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Hahaha! Was ist das denn? Match die zwei selben! Okay, merk dir alles, Prexy! Aha! Hä? Ach so! Ach so, man muss draufdrücken! Oh Gott! Das ist ja einfach! Das ist nicht einfach! Ihr habt schon alles gemacht! Oh, und oh! Und oh! Okay! Es geht weiter, Prexy! Oh Gott, Zitrone! Nein! Oh, die ist Gewinner! Haha! Du Blödi! Ich dachte nicht, wir müssen da draufgehen! Ich hab einfach gewartet! Wir mussten das ganze Level machen! Guck mal, ich hab jetzt einen... Hä? Einen Klon! Friere deine Klone ein! Hä? Das ist ja einfach! Ich muss einfach gegen die Stäbe laufen, Prexy! Ach so! Aber du darfst nicht dagegen laufen! Was sagst du mir erst jetzt, du Blödi? Mann, das wusstest du doch! Ah, ich bin dagegen gelaufen, Prexy! Gewonnen hat Odi! Hä? Ich war doch auch gut! Nee, nee, nee! Nee, nee, nee! Oh, gewinner ist Odi! Freunde, falls ihr mal mitspielen wollt bei Odi sagt, dann müsst ihr jetzt liken und abonnieren! Dann checkt meinen besten Vollprex hier ab! Odi, guck mal, sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video! Oh, schaut diese Videos hier oben an! Die waren richtig, richtig spannend! So, Leute! Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal! Denn Odi und ich müssen jetzt noch nach Hause! Denn es gibt noch ein richtig krasses Geheimnis! Aber das verrate ich euch gleich! Aber wo bleibt Odi eigentlich? Der wollte schon längst kommen, Leute! Naja, ich hab... Hä? Odi hat mir geschrieben... Snapchat? Äh... Prexy, Unfall, Hilfe, bitte! Was? Odi hat einen Unfall gemacht! Warte! Wo bist du? Wo bist du? So! Wieso hat Odi denn einen Unfall gemacht? Anna hat mir was geschickt! Zoe hat mir was geschickt! Uh, Zoe! Hallo! Zoe ist voll hübsch, Leute! Hallo, Zoe! Aber das darf keiner wissen! Bitte sag das nicht Odi! Äh, okay! Äh, Odi! Ich schick dir Standort! Äh, okay! So! Okay! Und... Wieso hat Odi denn einen Unfall gemacht? Versteh das nicht! Was will der von mir? Drück! Hä? Warte kurz! Er hat mir wirklich einen Standort gesendet! Ich muss mal mein Auto rausholen! Ach! Mach die Tür auf! So! Ich hab nämlich ein neues Auto, Leute! Schaut mal! Das ist in meiner Garage! Ich fahr jetzt meine Garage hoch! Hä? Oh nein! Meine Garage klemmt! Oh! Verflucht und zugenäht! Ah! Ich muss jetzt hier mein Auto wieder rausholen! So! Okay! Ich muss jetzt zu Odi gehen! Wo hat er mir denn das geschickt? Äh, Nachrichten... Ja! Äh! Hä? Ich werd da gar nicht hingebracht! Mann! Mein... Mein Teleporter geht nicht! Oh Mann! Egal! Aber mein Navi funktioniert noch! Mensch! Mach Platz! Warum stehst du hier im Weg? Also er muss irgendwo beim Wald sein! Hä? Warum verfolgen die mich? Boah! Wie viele Leute verfolgen mich denn jetzt auf einmal? Okay! Wir müssen zum Wald! Der Wald war irgendwo hinter der Kirche, oder? Äh! Ich muss schnell losfahren! Die Leute verfolgen mich! Warum verfolgen die mich? Oh nein! Ich muss Odi finden! Der hat bestimmt... Der ist bestimmt bewusstlos, oder so! Oh Gott! Leute! Ihr müsst das Video unbedingt bis zum Schluss schauen! Okay! Der Wald! Der Wald war hinter der Kirche! Wenn ich mich nicht irre... Warte! Ich ruf Odi einfach mal an! Ich bin ja... Oh Mann! Ich bin ja richtig blöd! Äh! Wo kann ich Odi anrufen? Odi ruft mich an! Oh! Anrufen! Äh! Nein! Irgendwas ist kaputt gegangen! Ah! Rix hier! Wo bist du? Ich bin auf dem Weg bei der Kirche! Welchem Wald bist du denn? Bei dem Normalen hinter der Kirche! Jetzt komme ich schon! Fahr einfach die Straße entlang! Ich werde verfolgt! Kommt schon! Okay! Bis gleich Odi! Ah! Okay! Er hat gesagt hinter der Kirche! Er wird verfolgt! Ich werde auch verfolgt von einem orangenen Auto! Aber ich sehe hier niemanden! Odi! Odi! Hä? Hä? Wo kannst du Odi sagen? Oh! Ist das? Das ist doch nicht... Oh! Oh nein! Odi! 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 Was ist passiert? Was ist passiert? Du hältst dich da, Briggs! Ich kann dir das nicht erzählen! Wir werden verfolgt! Kommt schon! Du musst mich verstecken! Ja! Von wem werden wir denn verfolgt? Sag ich dir später jetzt vereinfach! Wir müssen uns verstecken! Mich haben die ganze Zeit so orangene Autos verfolgt! Was hast du angestellt? Orangene Autos! Oh! Das sind genau die, die mich verfolgen! Ähm! Kann ich dir was erzählen, ohne dass du sauer auf mich bist? Ähm! Ja! Guck mal! Da! Da! Oh! Fahr einfach ganz auf! Unauffällig an dem vorbei! Okay! Was hast du angestellt? Weißt du, wer das ist? M-mh! Wer denn? Das ist der Bankchef! Der Bankchef? Was hast du gemacht? Odi? M-mh! Mann, Brixi! Ich wollte mir eine neue Playstation 5 kaufen, hatte aber kein Geld! Und dann? Bin ich in die Bank gegangen und dann halt... Ja, hab ich gefragt! Ganz nett! Wie hast du gefragt, Odi? Gib mir das Geld! Oder? Ich schieße! Odi! Du hast doch nicht eine Bank ausgeraubt! Ich hab's probiert! Und dann ist er mir einfach gefolgt, der Blödmann! Und schon war ich im Graben drin! Du musst mich jetzt auf jeden Fall verstecken! Und schau mal, unsere neue Schule! Hast du die schon gesehen? Oh nein! Ist ja auch egal! Die Polizei verfolgt dich bestimmt jetzt! Mann, du musst mich verstecken! Brixi, was machen wir denn jetzt? Komm mit! Wir gehen nach Hause! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Und einsperren! So! Geh nach oben, Odi! Geh nach oben! Ja, aber ich kann doch nicht die ganze Zeit hierbleiben! Versteck dich in diesem Raum hier! Im Klo? Besser als im Gefängnis, oder? Na gut, danke! Und wir duschen! Oh, Leute! Odi hat anscheinend die Bank überfallen! Und jetzt sucht ihn die Polizei! Und der Bankverkäufer! Oh Mann, das gibt mächtig Ärger! Aber, falls jemand kommen sollte, ich hab Odi nicht gesehen! Und, äh, ich, äh, geh ein bisschen in den Pool! So, Odi, du bleibst die ganze Zeit da drin! Hast du gehört? Ich höre dich nicht! Ich dusche! Sehr gut! Oh Mann, Leute! Ich hoffe, die Polizei sucht ihn nicht! Das wäre richtig blöd für ihn! Oh! Hä? Leute, hört ihr das? Ich glaube, das ist die Polizei! Achtung, Achtung! Einmal bitte rauskommen mit erhobenen Händen! Äh, äh, äh... Ja, Herr Officer! Äh, ich hab nix... Hey, Deo! Sieh aufmachen! Was ist denn los? Was ist denn los? Haben Sie einen, äh, lilanen, äh, äh, Kind gesehen? Äh, ein lilanes... Äh, nein! Ich bin gelb! Also, ich bin's nicht! Also, kennen Sie dich, Odi? Äh, doch! Der geht in meine Schule, aber ich hab ihn nicht gesehen! Haben Sie sich sicher? Äh, ja, ganz sicher! Moment mal, Moment mal! Ja, check, check! Ja, ja, alles klar! Okay! Okay, Sie sind unschuldig! Ich hab vergessen, dass Sie ein Praktikum bei uns gemacht haben! Äh, genau! Ich bin's! Braxy! Was ist denn passiert? Also, haben Sie... Äh, nun ja, Ihr Freund, äh, Odi, der hat, äh... Ich weiß gar nicht so genau, ich glaube, eine Bank ausgeräumt! Äh, ja, genau, eine Bank ausgeräumt! Oh, 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 nein, das glaube ich nicht! Sowas würde Odi niemals machen! Äh, nein, wirklich! Äh, nun ja, ach, das glaube ich Ihnen eigentlich schon, aber... Leider haben wir Kameras und, äh, da ist Ihr Odi drauf! Oh, okay, aber nein, ich hab ihn nicht gesehen! Ich glaub, der ist in Urlaub geflogen! Ja, genau! Nach Spanien und Mallorca! Genau! Aha! Alles klar, das wählt ich so! Dankeschön und, äh, salut! Äh, ja, tschüss, Herr Officer! Äh, viel Erfolg noch! Dankeschön! Oh, nein, 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 eins! Alles klar, ich komme! Sofort! Äh, tschüss! Oh, nein, Leute, das war gerade die Polizei mit einer Pistole! Und die suchen Odi! Ist Odi überhaupt noch oben? Äh, Odi? Odi, du Blödmann, die Polizei war gerade hier! Äh, hä? Die Tür ist auf, Odi! Oh, nein, Leute, Odi ist abgehauen! Bestimmt, als er die Sirenen gehört hat! Oh, ich muss ihn schnell anrufen, ich muss ihn warnen! Geh ran, geh ran, geh ran! Komm schon, Odi, er geht nicht ran! Oh, verflucht und zugenäht! Er hat mir eine Nachricht geschrieben! Sorry, bin weggerannt! Kann nicht telefonieren! Die Polizei sucht dich! Wo bist du? Oh, nein, Leute, er ist so ein Doofkopf! Weg, Brexy, ich muss rennen! Oh, nein! Versteck dich einfach! Die sind hinter mir! Oh, nein, oh, nein! Ich muss ihn suchen! Ich steige schnell ein! Er kann nur in der Stadt sein! Oh, Gott, nein, die Polizei hat ihn gleich! Mein kleinen Bruder! Das kann doch nicht wahr sein! Er ist doch lieb! Er würde niemandem was tun! Er wollte sich einfach nur eine Playstation kaufen! Aber, dass er die Bank ausgeraubt hat, das ist nicht gut! Oh, verflucht! Wo ist er? Wo ist er? Odi! Oh, ich glaube, die Polizei hat die ganze Stadt abgesperrt! Hier ist einfach niemand! Das sind Leute! Vielleicht haben die Odi gesehen! Ah, warte mal! Ich schreibe ihm einfach! Wo bist du? Komm schon, Odi! Komm schon! Offline? Er ist offline gegangen! Oder? Was meint er mit offline? Nein, 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 nein! Komm schon! Diese Nachricht konnte nicht zugestellt werden! Oh, ich glaube, sie haben ihn erwischt, Leute! Er muss im Gefängnis sein! Ich muss da schleunigst hin! Äh, die Polizeistation war doch hier hinten! So, dann muss ich jetzt einmal hier nach rechts! Hier ist ein Polizeiauto! Aha! Und dann hier einmal parken! Oh, Mann! Ey, ich muss ihn hier irgendwie rausholen! So, mein Auto! Absperren und reinlaufen! Odi, ich komme! Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Odi? Odi, bist du... Bist du... Elsie! Hier! Was heißt hier? Oh, nein! Nein, Odi! Hilf mir raus! Die haben mich gefangen! Natürlich haben die dich gefangen! Was hast du denn erwartet? Dass du... Dass du freikommst, einfach so? Ähm, ähm... Nun, ja, ja, irgendwie schon! Oh, Odi, wir müssen dich irgendwie rausbekommen! Wo ist der Officer hin? Ja, genau! Ähm, der Officer, der meinte, der geht jetzt, äh, ich glaube, Mittagessen oder so... Oh, okay, Odi, ich habe eine Idee! Ich habe doch noch einen Helikopter, den ich dir mal geschenkt habe! Ähm, ja, was ist mit dem? Ich werde ihn mir holen, dann werde ich dich hier rausholen und dann fliegen wir einfach weg und kommen nie wieder zurück! Äh, das ist ja eine gute Idee, Briggs, ja, aber ich habe den Helikopter... Das ist mir irgendwie, äh, irgendwie auch peinlich! Ich habe ihn verkauft! Oh, Odi, dann muss ich mir jetzt einen neuen kaufen, du Trottel! Oh Mann, Entschuldigung, hast du genug Geld? Oder, äh, oh, ich habe es! Wir rauben eine Bank aus! Wie willst du denn eine Bank aushauen, wenn du im Gefängnis bist, du Dussel? Äh, du hast recht, Mann! Natürlich habe ich recht! Na gut, dann, äh, kauf mal einen, bitte! Danke! Oh, Odi! Äh, ich warte mal kurz, ich habe noch eine Idee! So, kannst du bitte mal gucken? Ja, was denn? Ich habe einen Snap von dir gemacht! Er ist im Knast und das packt jetzt in meine Story rein! Gibt das in die Story? Das ist nicht gut bei den Fangirls! Außerdem habe ich gar kein Telefon dabei, du Blödmann! Die nehmen mir doch das alles weg! Äh, stimmt! Naja, egal, du musst es ja nicht sehen! Ich versuche, den Schlüssel hier zu finden! Warte kurz! Und hol den Helikopter davor! Stimmt, den Helikopter! Den muss ich ja auch noch holen! Äh, ich muss schnell zu meinem Auto! Äh, warte mal kurz! Wir hatten doch eine Gruppe hier, oder? Äh, moin! Habt... Ich brauche einen Helikopter! Hat einer einen? Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Wir müssen einen haben! Oh, Hero Brexy, hallo! Hast du einen Helikopter? Komm schon, bitte, 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 sag ja! Bitte, sag ja! Hey, mach Platz, du blöde Kuh! Oh, du kannst kein Auto fahren! Komm schon, hat er einen Helikopter, oder nicht? Oh, er antwortet mir nicht! Okay, dann muss ich zusehen, wie ich jetzt selber einen Helikopter kaufe! Oh, Leute, ihr werdet mir nicht glauben, ich habe einen Helikopter besorgen können! Jetzt müssen wir nur noch schnell zur Uni fliegen! Ihn da rausholen! Oh nein, da ist noch ein Helikopter! Und dann... Ah, da ist die Polizeistation! Ich muss irgendwie da unten landen! Oh, auf den Parkplatz, auf den Parkplatz! Dann hole ich ihn da raus und befreie ihn endlich! So, vorsichtig! Vorsichtig! Oh nein, ich muss hier irgendwie landen! So! So ist gut, so ist gut! Und jetzt runter mit mir! Bisschen nach vorne und runter! Bisschen nach vorne und runter! Oh, und da! Okay, meinen Helikopter zumachen! Oh, die, oh, die! Hol mich raus! Warte, warte! Ich muss irgendwie den Schlüssel hier finden! Hier, Mitarbeiter! Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein, Leute! Ihr müsst mir jetzt helfen! Wenn ihr einen Schlüssel seht, müsst ihr mir unbedingt Bescheid geben! Also passt jetzt ganz genau auf! Wir kontrollieren jeden Tisch einmal! Auch nicht! Auch nicht! Oh, komm schon! Hier auch nicht! Oh, Leute, Mann! Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel noch sein! Vielleicht in der Küche! Oh! Hier bei der Mikrowelle? Was ist hier drin? Oh, nein, 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 nein! Gleich hier drüben? Auch nicht! Oh Gott, vielleicht hinten in der Waffenkammer! Odi, warte! Ich bin sofort da! Na los! Hier rein! Oh, ich hab nen Taser! Den Taser nehm ich auch! Äh, und ne Pistole! So, okay, Odi, ich finde den Schlüssel! Ich geh zur Seite! Boah! Mann, das hat echt gut geknallt! Ja, Odi, wir müssen uns jetzt beeilen! Wir haben keine Zeit! Komm mit! Der Alarm geht gleich an! Los, los, los! Wo ist denn der Helikopter? Ich hab den gehört! Boah, wie cool! Kann ich den haben? Nein, du verkaufst den! Oh, Mann, ey! Hey, nein, bist du drin? Los geht's! Oh, wir müssen hier schleunigst weg! Los! Okay, Leute, ich hab meinen kleinen Bruder befreit! Da hinten ist ein Helikopter, ich glaub, der verfolgt uns, Odi! Und die Polizei da unten, siehst du sie? Ich sehe sie, los, flieg weg! Ich flieg ja schon weg, für immer und ewig! Äh, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Ich hab nämlich meinen kleinen Bruder gerettet aus dem Gefängnis! Und abonniert den Kanal! Äh, jemand ruft mich an! Oh, nein, Odi, ich glaub, das ist die Polizei! Oh, flieg einfach! Check meinen kleinen Bruder ab, Odi, der ist unten in der Videobeschreibung! Oh, tschüss!